Dieses Video wird präsentiert von der Allianz Generalvertretung Flair Ackers und Franke aus Körböcke und SITEC Sicherheitstechnik vom Möhnesee. SITEC, gehen Sie mit uns auf Nummer sicher. Um den am Ende glatten 7 zu 4 Erfolg gegen Prostdorf zum Heimauftakt der Saison 2005-2012 bejubeln zu dürfen, mussten die Bürgermeister ganz schön hart arbeiten. Unnötige Fouls führten die in Wiel zu Strafen, die eigentlich verlieben werden sollten. Wir wissen, was wir gegen Wiel falsch gemacht haben. Auf jeden Fall hat es ein bisschen an Disziplin gehapert. Trainer hat ein paar Ansagen gemacht, von daher gehe ich ganz optimistisch in das Spiel rein. Mit der kompletten Truppbestimmung, super. Ja, und unser Ziel ist auf jeden Fall, die Punkte hier zu halten. Ja, in Wiel lief es nicht ganz so gut. Woran hat es da gelegen? Definitiv hat es da an der Disziplin gehapert. Wir waren 60 Minuten lang ein besseres Team. Definitiv. Schiedsrichter waren derselben Meinung. Aber wir haben uns im Prinzip durchs Spiel der Wieler mitreißen lassen, zu viele Strafzeiten bekommen und wenn man von 60 Minuten 50 Minuten in Unterzahl spielt, wird es auch, wenn das Potenzial besser ist, trotzdem schwerer, so ein Spiel nach Hause zu fahren. Trotz soster Überlegenheit gelang den Gästen durch Sebastian Purgel in der neunten Minute die Führung. Mit dem 1 zu 1 von Sebastian Sprenger ging es in die erste DLV. Der 2. Abschnitt brachte Kapitän Jansini erstmals die Soester in Sprengung. Nach Jan Buschmanns 3 zu 1 schien eigentlich der Drop schon gelutscht zu sein. Doch die Nachlässigkeit der Soester EG bei der Chancenverwertung und die Strafen für die Gastgeber brachten die Rheinländer wieder ins Match. Zunächst machte Kai das 3 zu 2, nachdem Steffen Eickhoff in der neunten dreißigsten Minute vom Eis musste, drohte das Spiel zu kippen. Doch mehr als den Ausgleich durch Tobias Müller schaffte Troßdorf nicht. Dank des Doppelschlags von Manuel Jarent und Sebastian Ried in der 47. und 48. Minute stellte die SRG die weichen Richtung Sieg. Stefan Sprenger erhöhte kurz danach auf 6 zu 3. In der 56. Minute war Jansini dann sogar trotz 3 zu 5 Unterzahl der Soester erfolgreich. Der vierte Treffer der Gäste, Kurzverschluss durch Dominik Patt, fiel dann nicht mehr ins Gewicht. So durfte die SRG jubeln, auch wenn sie ihren Coach ganz schön geschlaucht hat. Wir sind wirklich richtig platt nach dem Spiel, muss man sagen. Ich habe so ein bisschen Befürchtung gehabt, dass wir jetzt genauso wie in Wiel eigentlich einen guten Anfang hinter uns durch Strafzeiten. Kardinalsachen natürlich 5-3 für uns, Überzahlspiel, um alles klar zu machen zum 4 zu 1. Und dann machen wir aus der Situation im Endeffekt ein 3-5 gegen uns, bekommen das 2-3, das 3-3 und spielten dann ja immerhin noch 3 Minuten in Unterzahl. Und da muss ich sagen, Hut ab, da hat die Mannschaft gezeigt, dass sie gut drauf ist, dass wir gut vorbereitet waren, gut trainiert haben im Sommer, viel Trainingseinheiten. Denn ich glaube eine Menge war wirklich dann auch zum Schluss die Kondition, die geholfen hat. Und natürlich auch einzelne herausragende Einzelleistungen, aber man muss auch sagen, das ganze Kollektiv, insbesondere auch die Neuzugänger. Und haben gezeigt, dass sie uns auf jeden Fall weiterbringen. Nächste Woche geht es dann gegen Köln oder nach Köln. Wie sind da die Aussichten? Wie ich schon immer gesagt habe, also mit Ausnahme von Neuz sind das alles enge Spiele. Das hätte heute ja auch anders kippen können noch. Also von daher, Köln ist vom Niveau her ähnlich wie Treusdorf, haben in der Vorbereitung 6-7 verloren, denkbar knapp. Also wir können uns die Saison in der Hauptrunde auf sehr, sehr spannende Spiele und da entscheiden Nuancen. Dieses Video präsentierten die Allianz-Generalvertretung Flair Ackers und Franke aus Körbeke und SITEC Sicherheitstechnik vom Möhnesee. SITEC, gehen Sie mit uns auf Nummer sicher.